Im heutigen Video geht es mal darum, was ihr machen könnt, wenn euer Valorant die ganze Zeit crasht. Und zwar gibt es dafür relativ einfache Methoden, wie ihr das Ganze verhindern könnt, bzw. wie das Ganze aufhört. Und zwar das erste, was wir machen können, ist hier unten erstmal in die Tasker zu gehen, rechts klicken und den Taskmanager zu eröffnen. Oder wir geben es hier einfach direkt ein. Jetzt sollte das eventuell bei euch noch so aussehen. Wir drücken jetzt hier auf mehr Details und jetzt können wir im Prinzip alle Programme einmal durchsuchen, die wir eventuell nicht brauchen und die halt viel Arbeitsspeicher ziehen. Zum Beispiel Discord zieht gerade 200 MB Arbeitsspeicher, können wir jetzt darauf drücken und drücken hier unten einfach auf Taskman und schon wird dann dieser Discord-Task geschlossen. Das ist ja auf jeden Fall eine Methode, damit euer PC die Auslastung auf jeden Fall nicht so hoch ist. Danach nochmal ein Tipp für alle Nvidia Grafikkarten Benutzer. Und zwar würde ich euch unbedingt empfehlen, wenn ihr hier ganz klar einmal den Nvidia GeForce Experience, die Software einmal runterladet, wie seht ihr bei Treiber, könnt ihr euch hier immer den neuesten GeForce Game Ready Treiber holen. Der ist auf jeden Fall extrem, extrem wichtig, den braucht ihr und der sollte auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand sein. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit den Tipps für alle und zwar könnte ich hier einmal jetzt in der Suchleiste noch einmal Gerätemanager eingeben. Zack, Gerätemanager und dann kommen wir jetzt im Prinzip einmal hier hin. Das, was wir jetzt hier machen können, ist einmal auf Laufwerke das Ganze ausklappen, einmal Prozessoren ausklappen und einmal, wo haben wir es, Grafikkarten. Jetzt können wir hier einmal auf die Grafikkarte im Prinzip raufgehen, rechtsklick, Treiber aktualisieren, automatisch nach Treiber suchen und ihr seht bei mir schon der beste Treiber aktualisiert. Jetzt machen wir das bei Laufwerke auch nochmal, zack, wie gesagt bei dem auch und bei den Prozessoren natürlich auch. Die neuesten Treiber zu haben ist immer das Allerwichtigste auf jeden Fall und danach können wir jetzt hier nochmal auf Audio, Video und Game Controller gehen, zack, machen das einmal und jetzt können wir hier einmal Realtek Audio deaktivieren. Drücken hier auf deaktivieren, drücken jetzt auf ja, dann müsst ihr allerdings nochmal euer PC neu starten, deswegen drücke ich jetzt hier nicht auf ja, weil ich jetzt natürlich mein PC in dem Moment nicht neu starten möchte. Danach sollt ihr euer Game dann auf jeden Fall nicht mehr crashen, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch damit ein bisschen weiterhelfen konntet, falls ja, sehr, sehr gerne Like, Abo dalassen, würde mich auf jeden Fall extrem freuen und ich würde sagen, ich bin jetzt auf jeden Fall damit raus, haut rein und ciao. Vielen Dank.